Und der Zombie ist gleich hinterher gescheißert? Ich bin aber immer noch okay. Ja, kommt gleich hinterher gescheißert. Oder beziehungsweise sie kommt gleich hinterher gescheißert. Ja, ja. Viel Spaß. Du hast eine Waffe. Schlag einfach zu. Es ist Cindy und George. Wir werden es ja wohl schaffen, mit so ein, zwei Zombies fertig zu werden. Ich kann doch nicht alles für die machen. Ich bin doch kein Babysitter. Soweit kommt's noch hier. Der Schwarze muss wieder die ganze Arbeit machen. Ja, natürlich. So, hier ist das Repair Tape. Jetzt lasse ich natürlich das Emblem hier liegen. Super. Was ist das da? Ach, das ist das Emblem. Oh Mann, ich lasse mich immer irritieren, weil das... Das irritiert allgemein ganz schön hier gerade. Äh, da hinten glitzert was. Glitzer, glitzer. Glitzer, glitzer. Jetzt krieg ich glitzer da runter, du Blödmann. Jim? Jim? Och Mann, Jim. Glitzer doch einfach die Kiste runter. Aber warum macht denn der das nicht? Okay, muss ich die Kiste schieben? Die sieht zu schwer aus. Ja, das war so klar. Okay, was auch immer das nur Gegenstand ist, ich kann die nicht erreichen, weil ich nicht mag bin. Das ist ein bisschen gemein, muss ich sagen. Gut, dann gehen wir jetzt runter, reparieren das Dingens. Kommen dann wieder hoch, holen uns das Emblem, bringen das runter zum Bahnsteig. Und dann können wir das Wasser wieder aufdrehen. Denn ich weiß, was passieren wird, wenn wir das Wasser aufdrehen. Und das möchte ich noch so ein bisschen hinauszögern, bin ich ganz ehrlich. Das ist nämlich nicht schön. Und macht das Hin- und Herlaufen hier nicht angenehmer. Ja, da ziehe ich die Zombies vor. Ja, ich weiß, es ist viel hin und her. Das liegt am Szenario. Und weil ich halt meine Magnum und die Munition nicht aus der Hand geben will. Weil ich ganz genau weiß, was meine Kameraden damit machen. Ah, halt. Da steht einer, ne? Ja, natürlich. Gut, gehen wir andersrum. Leute, kommt. Wah! Äh, da wollte ich mich eigentlich eben auf den Boden werfen. Aber irgendwie hat Jim das nicht gemacht. Gut, ich kann damit leben, weil die Zombies haben uns nicht getroffen. Aber es war eigentlich schon ein bisschen doof, dass das jetzt so nicht funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt hatte. So, wir rennen hier gleich weiter. Vor allem weg von der Tür. Genau deswegen. Wie viel sind denn das? Zwei. Okay. Viel Spaß, Leute. Solange die hier drin sind, sind die nicht draußen. Boah, das ist eine Logik, wa? Ich wette, da kann keiner von euch irgendwas gegen sagen. So, wir müssen jetzt hoch und uns das Emblem wiederholen. Oh, da knabbert schon wieder einer an George. Dabei hat der schon eine Waffe und Cindy hat auch eine Waffe in der Hand. Warum nutzen die die denn nicht? Alles muss man hier selber machen. Also, ich finde das schon ein bisschen rassistisch. Dieses Spiel zeigt wieder seinen rassistischen Unterton. Ja. Und wartet erst, bis wir Resident Evil 5 erreichen. Mohohohoho. Ohohohoho. Nein. Meine ich natürlich nicht ernst. Ich weiß, es gibt Leute, die regen sich über sowas auf. Vor allem auch in Resident Evil 5. Ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen. Wieso müssen die Gegner in Spielen immer männliche, weiße Menschen, einfach halt männliche, weiße sein? Ja, schießt auf Frauen, dann kommen die Frauenrechtler und ba, 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 frauenfeindlich geht gar nicht. Wenn du irgendwelche ausländischen Leute da hast, zum Beispiel Afrikaner, weil es halt zufällig in Afrika spielt oder sonst was, dann wird gleich wieder Rassismus geschrien. Das ist doch Blödsinn. Es ist ein Spiel. Und wenn es in Afrika spielt, dann ist das halt so. Ja, ich weiß, es gibt auch weiße Leute in Afrika, aber mein Gott. Man kann sich auch echt anstellen. Ja, und wenn du dann dabei bleibst und wirklich die männlichen Weißen als deine Gegner nimmst, dann heißt es wieder, was ist denn mit den Minderheiten? Die sind hier gar nicht repräsentiert und Frauen gibt es auch nicht. Also man kann es den Leuten nicht recht machen. Und deswegen sollte man es eigentlich auch nicht versuchen. Und vor allem muss ich sagen, Rassismus funktioniert auch in beide Richtungen. Also es kann auch Rassismus gegen männliche Weiße sein. Ja, sowas gibt es auch. Auch wenn gewisse Leute, die ich im Internet beobachtet habe, das anders sehen. Und der Meinung sind, Rassismus ist exklusiv eine Sache, die Menschen mit dunkler Hautfarbe vorbehalten ist. Nein, ist es nicht. Rassismus ist Rassismus. Genauso wie Sexismus auch gegen Männer gerichtet sein kann. Wo muss ich hin lang? Achso, ich weiß, wo ich lang muss. Und es hat auch etwas mit Gleichberechtigung zu tun, das zu akzeptieren. Ne, da spreche ich jetzt vor allem die Frauenrechte an. Ich weiß, ich mache mir hier gerade Feinde, aber es passt halt gerade so schön. Ähm, die wollen auch immer die Gleichberechtigung. Und wenn es dann Gleichberechtigung gibt, in dem Sinne, dass zum Beispiel in einem Actionfilm dann der weibliche Charakter halt auch mal aufs Maul kriegt, ja? Äh, dann geht das auch wieder nicht. Wieso ist der Ventilationsschacht verriegelt? Ich dachte, ich muss hier hin. Dann muss ich hier nicht hin? Okay, dann habe ich noch eine Idee, wo wir vielleicht lang müssen. Und zwar in der Angestelltenpassage, da war ja ganz im Osten, also ganz rechts auf der Karte, war auch noch ein Abschnitt, wo man rein konnte. Wo ich dann gesagt habe, ja, das führt wahrscheinlich dann zu der anderen Plattform. Da gehen wir jetzt einfach mal hin. Und dann sehen wir uns da um. Und ihr seht schon, äh, warum ich mir so ein bisschen Sorgen um... Nein! ...meine Virusleiste mache. Vor allem, wenn ich hier ständig in irgendwelche Zombies reinrenne. ...ja, ja. Ah, okay, das ist auf jeden Fall meine, äh... ...mein Penny zum Thema, ähm... ...Rassismus und Sexismus und Gleichberechtigung. Ich werde auf das Thema jetzt auch nicht mehr weiter eingehen. Ich wollte das jetzt einfach mal loswerden, weil es... ...grad so schön gepasst hat und weil ich mich so ein bisschen in Rage reden konnte. Und weil ich dann tatsächlich auch mal ein bisschen Inhalt habe, der über... ...ja, und dann renne ich wieder in die Wand, äh... ...hinaus geht. Und das ist ja schön, wenn man sowas auch mal ansprechen kann. Auch wenn ich mir damit jetzt vielleicht die eine oder andere Kritik... ...oder negative Bewertung oder sonst irgendwas mit einfange. Ah, ganz ehrlich, meine Meinung ist meine Meinung. Und die muss auch nicht jedem schmecken. Ich sehe es halt so... ...für mich ist Gleichberechtigung halt wirklich Gleichberechtigung und nicht... ...ja, immer auf den Schwarzen. Oh, geil, das geht. Äh, und du stehst trotzdem wieder auf! Was bist du denn für ein Arsch? So, ist das überhaupt der richtige Weg? Ja. So, und jetzt bin ich natürlich gelb. Na toll. Aber hier liegt ja genug Heilung überall rum. Ja, ja, ja. Nerv nicht. Wir müssen irgendwo nach unten zum Bahnsteig. Ich weiß noch nicht genau, wo. Ich glaube, das ist hier direkt ganz am Anfang. Hier zum Beispiel. Hier können wir runter. Jawohl! Hier müssen wir nämlich die Embleme einsetzen. Und da wir ja nur sehr begrenzten Platz im Inventar haben, ...müsste ich das lieber jetzt erledigen. Als dass wir hier im Zweifelsfall auch ständig hin und her rennen. So, jetzt muss ich mich mal richtig orientieren. Hier hinten zu dem... ...ä, auf jeden Fall weg von dem Zombie. Da hinten zu dem Wagen müssen. Aber ich glaube, der steht auch auf. ...ja, so klar. Das ist... ...Achtung, Wortwitz oder Wortspiel. Der Mega-Bite. Hahaha. Das ist ein mutierter Riesenfloh. Wääh! Die gibt es in zwei Varianten. Die vollgefressenen, die schon mit Blut vollgepumpt sind. Das ist das, was wir hier gerade gesehen haben. Und dann gibt es die noch in einer kleineren Variante. So, ich nutze jetzt einfach mal die Chance, so. Ich glaube, das zweite Emblem liegt sogar hier unten irgendwo rum. Unser Ziel ist es, diese Embleme da einzusetzen. Ich gehe mal hier schnell in den Zug rein. Um diesen U-Bahn-Waggon, also diese U-Bahn hier in Gang zu bringen, ...dass wir dann abhauen können. Assault-Rifle. Die ist natürlich noch viel besser als die Magnum. Aber jetzt habe ich wirklich ein Problem mit dem Platz. Shotgun-Rounds. Ich habe keine Shotgun, deswegen lasse ich die mal liegen. Was ich mache, ist jetzt erstmal speichern. Denn wir haben schon fast 50% Virusleiste. Also ich denke, wir werden es von der... ... Okay. Auf die Sequenz habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Ich denke, wir werden es von der Zeit her, von der Virusleiste her schaffen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob... ...die Flutung der diversen Abschnitte mit den Megabyte flöhen. Ob das mit dieser Sequenz eben hier zusammenhängt, dass wir den ersten Megabyte halt offiziell gesehen haben. ...oder damit, dass wir das Wasser in den Rohren wieder einschalten. Ich glaube aber, es ist wirklich das Wasser. ... Mist, Flo! Stirb! Boah, der ist C. Und jetzt natürlich wieder die Sequenz. Der Zug läuft ein. Und das ist jetzt der Grund, warum wir das Rohr reparieren müssen. Jetzt müssen wir nämlich die Sprengplanlage einschalten, um diesen Brand zu löschen. Und dann, ich glaube, aus den Trümmern kriegen wir das zweite Emblem. Und das ist ja unser Ziel. Und jetzt will ich aber erstmal den Megabyte hier erledigen. So. Ich glaube, wir kriegen auch gerade eine Rauchvergiftung. Also mein Controller vibriert auf jeden Fall. Deswegen werden wir hier unten jetzt mal ganz schnell abhauen. Kommt, Leute! Wir gehen jetzt wieder nach oben. Wir, ähm... ...gehen jetzt wieder zum Ventil. Ich muss mich nur kurz orientieren, wo wir hier sind. Ich glaube, es geht gleich hier durch, ne? Ja! Ich glaube, mit der Magnum und dem Sturmgewehr sind wir auch bestens ausgerüstet, um es mit dem Boss dann aufzunehmen. Vielleicht kann der eine oder andere von euch sich schon denken, wie der dann heißen wird. Ach, scheiße! Sie sind da! Da geht's nicht lang. Das ist die kleine Variante. Wenn die uns anspringen und sich an uns festsaugen... Ich... Scheiße! Wo renne ich denn lang? Ich Idiot! Ungefähr so, wie der da das jetzt macht. Und der da auch. Scheiße! Dann treffen die uns nicht... Äh, zum einen treffen die uns jetzt ein paar Mal. Und dann wachsen sie zu den großen Varianten. Aber giftet bin ich auch noch. Na, super! Ah, giftig sind sie auch. Scheiße! Ah, hier unten war irgendwo ein blaues Kraut, meine ich mich zu erinnern, oder? Irgendwo war ein blaues Kraut. Und sonst kann Cindy uns doch helfen! Die hat doch blaue Kräuter in ihrer Kiste! Cindy, sieh zu, dass du deinen Hintern hierher bewegst. Danke! So, und hier kann ich mich dann heilen. Ja. Ernähre den kleinen Scheißer. Warum auch nicht? Ah, pass auf. Ich will das viel erledigt wissen! So, ich habe die Munition und ich muss die Pistolenmunition nicht für den Boss aufsparen. So, wie gesagt, also wir haben hier jetzt die Megabyte. Und, äh, vielleicht kann sich der ein oder andere von euch ja schon denken, was eventuell der Boss dieses Abschnittes ist und wie der eventuell auch heißt. So, das jetzt... Und, äh, wenn du nicht hier in England hörst, worst.